Jetzt kommen die letzten Perlen. Und dann kommt jetzt gleich ein Verschluss dran. Eine Kette aus Tansanit habe ich mir jetzt mal gegönnt. So, jetzt kommt der Magnetverstoß. Und jetzt kommt das noch zu lol. Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Achso, ich habe gedacht, ich mache dich hier breit. Alles okay. So, das ist meine fertige Kette. Vielen Dank.